hatte ich auch nicht verstehen kann habe jetzt heute im wechsel von früh auf spätschicht die nicht mal auf die idee kommt von wegen ich möchte gerne zu hause bei wenig katzen um doch einfach vorbei so stehe ich allerdings auch nicht was ich jetzt nicht verrückt dass morgen mit ihr wenn es sich klären lässt und gut ist das war mal gucken was uns jetzt in der runde hier erwartet ob es wieder ein schneller schmerzhafter tod ist oder ob wir wieder was reißen sowie letzte runde ich hoffe doch also das war was reißen weiß gar nicht weiß gerade ganz mit welchen jetzt in die runde gegangen bin ich glaube dass ein sheriff nee du hast quai gong jinn ausgewählt ich habe ja schon fertig gemacht für die fall der fälle spritze müssen wir eigentlich sind goldener morgen ja das war auch passen die wetter kommt da auch schon ein team war man diese scheiß drecks ja das team wird wahrscheinlich dann von osten aus kommen beziehungsweise von südosten von schweinefarmen es gibt ja die eigenschaft von wegen dass tiere die empfindlichkeit der tiere was die reichsparte angeht reduziert nach ob das auch für die füge gilt ja 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 hier ist eine kiste ich mache die hype weg oh ja wir haben hier fallen sehr gut wo ist denn der direkt hier vorne haben wir den von hier aus wenn der ausschlägt weißt du was ich würde den höheren der hat er ist direkt vorne dann lass den erst mal ich vermiede oben und dann stand sonst da oben so ich hole die letzte wären falle hoch für die leiter hier unten sind spezial munition wenn du gleich welche brauchst perfekt so ich kommen das nekelhafte nebel noch das ist aber nicht hier aber wenn die von der schweinefarmen kommen was ist dann wenn das schweinefarmen ist alter scheißzombie stirbt doch im sprung und aus der hüfte erwischt muss nur wissen wie es war es nur klick hier bunt ich glaube ich habe gerade jemanden gehört den sommer schlägt ich glaube ich wer da hinten läuft immer rum das heißt theoretisch wenn jemand von da kommt hören wir das mit west namens kopf jemanden springen gehört ich bin gerade gesprungen ich bin gerade gesprungen man hat sich dazu weit entfernen gehört keine ahnung wie ist denn das jetzt na gut kann ja wirklich jemand anders gewesen sein der vielleicht zeitgleich gesprungen ist oder so wahrscheinlich ist es nicht hier ist auch die steilung war ja ich denke mal dass das da hinten die hunde sind aber ich sehe nicht bis dahin leider ja ich würde schon fast sagen hinweist und weiter passiert glaube ich nix warte jetzt ja ab in den turm ja ab in den turm ja da geht doch direkt was ab alle haben wir schon draußen tatsächlich alle überläuft ja ich bin 50 meter hinter dir alles gut ja 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 das das ist ja jetzt wir müssen irgendwie da lang weil nein das nehme gehen weiter nordwesten erst mal Oh, ich würde ja... Hier wäre eine Loot-Truhe. Ah, eine kleine Austauschputze, okay. Ah, ich habe eine Schwache gegen die Spritze gekriegt. Im letzten Mal. Ich höre leises Flüstern, aber ich sehe das Symbol noch nicht. Ich gehe mal gerade da rüber. Oder komm am besten mit. Ist nicht hier. Oh, Leute. Bist du sicher? Oder sind wir einfach noch zu weit weg vom Post Office? Nicht. Ne. Da hinten an der Wand und da hinten ist der Hinweis. Post Office ist sauber. Okay. Ja, dann nützt uns der Turm leider nichts. Da müssen wir ein bisschen Hinweise machen jetzt. Ja. Gehst du den Rechten holen? Entschuldigung, den Linken. Der wurde schon gesnifft. Der hier noch nicht. Kann den noch nicht nehmen. Ja. Wahrscheinlich hat sich das überschnitten, oder? Ja. Wetter Weaver. Würde ich sagen. Ja. Hoffentlich ist nicht der Aidspot fort, Alter. Ab jetzt nächstes Gebiet. Dann bin ich mineralisch Pompaare. Komm. Öff. Okay, zwar nicht. Entschuldigung. Ja. Wie kann ich das nicht machen? Da bin ich dran. Und ich bin dran. Dann bin ich dran. das ist doch scheiße mit dem junge das war bei isen hütte wir müssen nach westen für morgen okay und ein hunde geht es ja ja ich hab nur ein walten verloren habe nur noch vier ach so wir sind hier ja okay hier auf die leiter laut osten vögel ja wir machen nix besser wir sind in dem hauptgebäude ich höre auch noch niemanden auf dem dach rumzappeln jetzt habe ich jemanden springen hören mit mir mal deckung ich von mir mal hier den ausgang auf der seite der hütte ist jemand gesprungen ja ich könnte eine splittergranate in die base werfen hier die sind beide da drinnen einer ist auf dem dach frage wo auf dem dach auf der haupt hütte ja ja hier die tür ist auf und ich habe gerade eine falle gehört die ausgelöst hat kann sich um den dicken kümmern ja 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 ich kann ja ich meine ja ich weiß nicht das ist auch oder das ist die sind bei dem südosten ich hätte hier gleich durch das tor kommen möglich habe ich einfach die sehen weil man die farbe erinnert hat rechts von der hütte ist noch eine hf wenn du durch das kleine loch hinten gehst kannst du die gerade weg machen habe ich schon wieder eingetroffen aber nicht getötet einer läuft wieder rum in den nordosten er hat gebrannt werde mal das loch wo wir hier gekommen sind mit einer stacheldraht ich habe wieder eingetroffen kann ich nicht ich brauche dich hier die sind hier in der tür wir haben sich mehr verheilen müssen jetzt schon wieder getroffen habe ein habe auch die sicht von dem der andere scheint weg zu sein da hinten ganz weit im südosten ist er der ist abgehauen ja der versucht zum ausgang zu kommen ja ja da warte ich lauf du schon mal ich nehme noch kurz die beute hier und nimm deine ausdauerspritze dann haben wir eine chance meine fresse blöder zauber ach der ist hier direkt bei mir ja ich zieh'n ja er ist down nice hunde 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 ich habe nochmal geguckt um uns herum sind keine spieler aber jetzt habe ich keine sicht mehr das ist direkt raus im süden ja lass mich mal ganz kurz verbinden dann können wir ja ja passt weiter ich gehe nochmal kurz gucken wegen muni ja jetzt natürlich keine muni ja kann go dann haben wir aber geil gejagt ey ja gut er war ja nicht weit weg aber trotz jetzt mal gucken das war nichts nichts die häuser noch mal bitte nichts sehr sehr nice die pistole ist ja schon echt fett und ich weiß schon warum die ganze was wir damit spielen das war schön das war mal wieder eine schöne runde so wie die letzte scheint wieder zu funktionieren man muss nur ein negatives review geben das liegt einfach an der uhrzeit das kann auch sein ja ich will ja jetzt nicht das spiel verurteilen weil wir ein paar schlechte runden erleben und wir das gefühl haben aufgrund der erfahrungen die wir in den schlechten runden sammeln dass da viele hacker unterwegs sind das kann ja zeitweise so sein aber in einem spiel sollte das trotzdem nicht passieren deswegen wieder mal negatives review man kann ja wechseln gott sei dank wo ich mir denke an einem samstagabend sind halt in der quarantänezeit mehr spiele online als mittagessen wir haben ungefähr genau da wünschen wo die jetzt sind alle online so ja der wurde ja auch genau